Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und ich sitze auf dem Klo, ihr wisst was das heißt, der Ramses hat wieder mal Post bekommen und normalerweise weiß ich immer ungefähr von wem die Post kommt und wann die Post kommt, jetzt weiß ich aber gar nichts, das macht es für mich heute so spannend, ich habe nämlich ein Paket bekommen, völlig aus dem Nichts, ich weiß, dass Hannes mir was bestellt hat. Ich weiß, dass der Spex und Not Your Girlfriend auch was bestellt haben, also nicht bestellt haben, die wollten was zurecht machen und mir dann geben und das sind Dinge, da werde ich drauf vorbereitet. Jetzt habe ich ein Paket bekommen, da steht aber weder der eine noch der andere drauf, sondern eine komische Firma in Berlin, jetzt habe ich gedacht, okay, wenn Hannes das vielleicht direkt im Internet bestellt hat, vielleicht haben die einen Sitz in Berlin und das ist von da, habe die Firma gegoogelt und dachte, es wird mir ein bisschen was angezeigt von dem, was ich denke, was es sein kann und dann war es das eben nicht. Da habe ich nur tausend Logos gesehen und komische Beschreibungen und das hat mich noch mehr verwirrt, aber dann hat mich Sabrina angeschrieben und gefragt, hey, ist das Paket schon angekommen und ich so, what? Auf jeden Fall müsste das jetzt von Sabrina Spielt sein, die ist nämlich so schlau, die hat schon vor einem halben Jahr gefragt, ob ich ihr mal bitte meine Adresse geben kann, habe ich dann gemacht und jetzt ein halbes Jahr später, wo ich schon gedacht habe, okay, das war's, kommt ein Paket aus Berlin und ich habe keine Ahnung, wie gesagt, was da drin ist, Adi, hast du Ahnung, was sagst du, was ist denn, bin ich so eklig oder wie, dass du immer so gucken musst, ja, ich esse deinen Finger, nein, machst du nicht, auf jeden Fall machen wir das jetzt mal auf und ich lasse mich überraschen, also, das ist so ein heißes Paket, so heiß war ich noch nie, vielleicht ist es auch nur wieder der Kreislauf und deswegen ist heiß, ähm, was gibt es sonst noch? Ich müsste endlich mal die Bewertungen beim NR-Battle machen, also so einen, so einen Stream, um mir die Qualifikationen reinzuziehen, vielleicht mache ich das heute tagsüber, dann ist heute Abend ja wieder Kaumalad, für Zuschauer muss ich auch wieder einladen, dann wollte ich das wegen dem C-Day und Roselia ankündigen, da noch ein Video machen, dann wollte ich heute Nudeln machen mit Pesto, mit einem Glas Pesto, was ich gefunden habe, wo geht's denn hier auf? Ich habe keine Ahnung, wie man das aufmacht, oder wo hier eine, ach so, das ist einmal hier rüber und einmal da drunter und dann, ahhh, das ist sinnlos, da hat man schon eine Schere und alles und man kommt trotzdem nicht klar ab, mit gar nichts, wird also heute wieder ein vollgestopfter Tag und das versuche ich natürlich auch abends noch rauszubringen, hochzuladen, jetzt machen wir das hier aber mal auf und sehen, eine Schnur mit einem, ein ganzes, oh guck mal, ist schon für Weihnachten nächstes Jahr, ja, hier ist so ein Paket, da ist auch ein Zettel bei, das gucken wir uns gleich mal an, also ein Tütchen, denn wir haben noch andere Dinge hier, wir haben hier einen Wichtelvillie von Milka, ein Wichtelvillie von Milka, Edelvollmilchschokolade, dekoriert mit weißer Schokolade, Zartbitterschokolade und weißer Schokolade mit färbenden Pflanzenkonzentraten, also ist die rote Mütze eigentlich auch, weiße Schokolade ist nur rot angemalt, den stellen wir auch mal hier auf die Heizung, weil die Heizung ist warm, damit das schön, ähm, was ist sehen, brauchst du diese, willst du die Umrandung haben, damit kannst du spielen, die tue ich dir mal hier reinpacken, das ist bestimmt voll lustig und so, da, so, jetzt guck doch nicht so, ach du Scheiße, da sehe ich was, was ich schon angekündigt hatte, jetzt ist es eingetreten, jetzt ist es da, alle, wie du guckst, guck, wenn man dir das so auf den Kopf, und, ja, du machst das schon, für so ein bisschen Folie wirst du jetzt nicht sterben, genau, esst dir einfach auf, wie du es immer machst, das ist, weißt du, durchdrehen, so, jetzt muss ich es wieder hier aufs Klopapier stellen, ich bin immer noch nicht ganz fit im Kopf, sorry, wir haben hier ein, ein Weihnachtsmann mit, mit Armen, ja, mit Mütze, mit Beinen, und mit einem Loch drin, kann ich da ein Teelicht reinstellen, er ist, das ist aber ziemlich klein, für ein Teelicht, sonst hätte ich gedacht, da packst du ein Teelicht rein, dann leuchtet das hier, durch den Bauch durch, weil da lauter Sterne sind, aber, gut, ich glaube, wenn ich da ein Teelicht reinstelle, dann hustet er einfach nur zu, hä, keine Ahnung, ich glaube, ich bin einfach zu blöd, vielleicht ist es einfach nur ein Weihnachtsmann zum Hinstellen, und zum Füße runterbaumeln lassen, guckt euch das an, sieht das nicht gut aus, wie der hier jetzt abwechselnd mit den Füßen und so rummacht, den legen wir auch mal hier drauf, aber wieso sind dann lauter so Sterne reingeschnitzt, als Löcher, wo man durchgucken kann, als müsste der von innen leuchten, ich check das nicht, dann habt ihr hier noch eine Kerze, ja, guckt, wenn wir die hier reintun, ah, das passt nicht, verdammt, ist auf jeden Fall ein Teelicht, aber gleichzeitig auch einen Tannenzapfen, zum Anzünden, und davon haben wir zwei Stück hier drin, also wenn wir die uns abends romantisch hinpacken, beim Wrestling oder so, dann erscheint das alles in einem ganz anderen Licht, zusätzlich habt ihr hier eine große Kerze, eine rote, große Kerze, ach, der Adi ist immer noch beschäftigt mit seiner Folie, ich glaube, das dauert jetzt noch zehn Jahre, dann haben wir ein Red Bull, wo die Dose aussieht, als wurde da auch schon mit Fußball gespielt, aber auf jeden Fall ohne Zucker, zuckerfrei, weil sie möchte ja, dass ich mich gesund ernähre, deswegen auch so viel Schokolade und Kerzen, weil wenn ihr erst Kerzen esst und das Wachs auf der Zunge habt, dann könnt ihr auch scharfe Sachen essen, ohne dass ihr das merkt, merkt ihr dann nur innerlich, aber nicht beim Essen, ein Red Bull Sugarfree ist auch noch mit drin, was ich hier sehe, darüber hatten wir es mal im Stream, das müsste nämlich ein Beutel mit Chilis sein, und sie hatte ja schon gesagt, dass ihr Kollege oder irgendetwas, oder sie kennt jemanden, der da so Chilis anbaut, richtig brutale, richtig scharfe, richtig fiese, gemeine Chilis, ich will jetzt nichts Falsches sagen, hieß es dann nicht auch, diese Carolina Reaper Chilis, baut er an, oder hat er, oder so ähnlich, oder irgendwas, auf jeden Fall, sind hier große, dunkle Fette drin, hier sind kleine Rote, hier sind kleine Gelbe, hier ist, sieht aus, als wären das alles verschiedene, so eine kleine, bunte Mischung, bin ich mal gespannt, was man damit macht, denn die sind ja alle ausgetrocknet, nimmt man die einfach, und isst die so als Snack, oder macht man die irgendwo dran, oder, ich habe leider keine Ahnung, sind die da noch so scharf, wenn die so trocken sind, oder sind die innen drin noch nass und feucht, also, schickt am besten immer eine Gebrauchsanweisung dazu, dass der Ramses weiß, was es ist, und was man damit macht, hier Adi, hier kriegst du nochmal was, jetzt sieht es aus wie ein Packesel, und wir haben ja hier diese Tüte noch, mit einem Zettel dabei, wo auch draufsteht, liebe Grüße Sabrina, oh jetzt Zettel und, was ist hier, Der schnauft immer wie so ein, nur ein kleines Stück Papier, und er fängt an und schnauft, und schnauft, und schnauft, jetzt ist hier ein Sticker dabei, ein Aufkleber, it's time to trade, hier, das ist ein Pokeball, das ist ein Superball, das ist ein Hyperball, wer das nicht erkennt, das sind sogar auch einzelne Sticker, vor allem, ihr könnt das abziehen, aber das große an sich ist auch einer, wenn ihr jetzt aber die in der Mitte rausnehmt, und nur das große, dann sind doch da lauter fehlende Pfeile, das ist doppelt gemoppelt, aber irgendwie, ja, keine Ahnung, dann habe ich hier noch, lauter so kleine Dinger zum Füllen, wenn die da artig sieht, ist gleich vorbei, ihr wisst, der frisst ja immer alles, wir schütten die mal aus, oder so, weiß ich nicht, wir schütten die mal aus, so, wir haben sie ausgeschüttet, ohne dass der Adi was mitbekommen hat, dann ist hier noch ein Gummi drum, um die Tüte, das machen wir auch mal ab, geht doch, ich soll es einfach so aufziehen, das sieht auf jeden Fall auch wieder aus, wie was scharfes, eingelegte, Chilis, sind das jetzt die, wovon wir es hatten, und die trockenen sind zusätzlich, ich glaube, ich muss mir mal wieder eine Pizza machen, da packe ich ja sonst immer auf die Pizza so Pfefferon drauf, wenn ich jetzt aber was anderes habe, kann ich ja was anderes drauf packen, das klingt nämlich logisch, und guckt euch das mal an, da steht glaube ich nichts drauf, nein, da steht nichts drauf, aber es sieht auf jeden Fall gefährlich aus, hier habt ihr öliche scharfe, öliche scharfe Brühe mit Korken, also für die nächste Challenge, ein Glas Brühe-Echsen, und dann tot in der Ecke liegen, da bin ich mal gespannt, das ist wie Chiliöl, oder nicht, oder Chiliöl, Paste, sonst was, nimmt man das jetzt zum Kochen und Verfeinern von irgendwas, oder kann man jetzt direkt, wenn man sich einen Döner gekauft hat, zum Beispiel den Löffel davon oben drauf schmieren, und dann brennt einem das auch alles weg, es sieht auf jeden Fall richtig genial aus, im Endeffekt ist es nicht mal was zum Essen, im Endeffekt ist es nur zum Hinstellen als Deko, wie andere, wenn die immer ihre Weihnachtskugeln ins Regal stellen, und dann schütteln die die, und dann schneidest du das da drin, vielleicht ist es auch so, die Flasche sieht nämlich richtig genial aus, dieses Viereck, und dadurch, wenn man das so schüttelt, dieses Rötliche sich überall verteilt, in dem Gefäß, und deshalb, hoffe ich, sie schreibt einen Kommentar, und sagt mal, was ich mit dem Weihnachtsmann mache, oder ob der nur zum Hinsetzen ist, mit seinen Füßen, und was ich hier mitmache, ob ich das zum Würzen nehme, oder, oder, und wie man die getrockneten Chilis isst am besten, oder kann ich mir die auch so einfach auf eine Pizza zum Beispiel drauflegen, das stört aber jedes Mal der grüne Zipfel, wenn ich den noch abmache, oder, was macht man damit so an sich, ich kenne nur eingelegte Sachen im Glas, als ganze Teile, aber das sind jetzt ja auch nur, ja gut, das sind Chiliflocken am Ende des Tages, oder sowas, oder, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall, hat sie an mich gedacht, hat an was Scharfes gedacht, was Süßes dabei, ein bisschen Pokémon, Inhalt ist auch dabei, jetzt soll ich sagen, Klopapier war auch dabei, aber das stand ja schon hier, damit ich mein Zeugs da drauf stelle, Kerzen, fürs Weihnachtliche, Winterliche, noch eine Sammelfigur, danke auf jeden Fall, Grüße gehen raus an Sabrina, und, ich bin gespannt, was sie noch dazu sagt, sie wird sicherlich da einen Kommentar abgeben, und, ja, wir gucken mal, ich sitze hier wie so ein Dulli, und, was ist denn jetzt mit ihm, ich weiß es auch nicht, alles gut, ich bin nur einfach immer noch verwirrt, komplett, kann ja heute die Kerzen anmachen, wenn Pupsi kommt, und dann sagen, guck mal, da brennt was, und dabei meine ich dann einfach nur die Chili schon, wer weiß das schon, nee, das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus, ich versuche mal, die anderen Sachen zu realisieren, alle, dass wir das heute hinkriegen, mit der Folge, mit der Folge, mit dem Stream, mit dem, die, das, da, 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 wird es heute vielleicht nicht mehr so weird, das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, peace out, vorhaut, euer knuspriger Adi, na schmeckt der Finger, Junge, puh, puh, ja, ihr müsst immer an den Bauch, das mag er nämlich nicht, und dann hüpft er meistens irgendwo runter, und dann war es das, pff, 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 pff,